Achtung Leute, es ist wieder Zeit für ein Gewinnspiel. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich ein Buch geschrieben habe, nämlich das Buch Drohnen bei der Jagd, Fluch oder Segen. Und das trifft natürlich auf sehr, sehr viel Gegenwind innerhalb der Jägerschaft. Genau aus diesem Grund möchte ich, dass das Buch noch breiter gestreut wird. Denn es heißt Fluch oder Segen. Viele sind gegen die moderne Technik, aber hier geht es um Kifi mehr als nur das Jagen mit der Drohne. Denn das ist gar kein Bestandteil des Buchs. Hier geht es darum, die Drohne sinnvoll innerhalb der Jagd einzusetzen. Nämlich zum Beispiel bei der Kidsrettung, beim Wildmonitoring, bei Wildunfällen und bei vielen anderen Themen. Aber viele sehen das Cover und sagen, nein, das ist nichts für mich. Genau aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich verlose einfach noch ein paar Bücher von denen. Schreibt hier in die Kommentare, warum ihr das Buch haben wollt. Liked dieses Video und ihr seid im Lostopf. Insgesamt verlose ich zehn dieser Bücher und ich verspreche euch, ich signiere sie sogar persönlich. Vielen Dank für euren Support und viel Spaß bei diesem Gewinnspiel.